Hey, MJ. Hast du die Standortdaten von mir bekommen? Ja, ein alter Supermarkt. Der Besitzer starb letztes Jahr. Das Gebäude wurde verkauft. Warte. Der Käufer. Das ist eine Strohfirma, die überall in der Stadt Immobilien kauft. Ganze Blöcke kaufen die. Ich wollte letzten Monat eine Story über sie schreiben, aber das wurde nichts. Jede Person, mit der ich gesprochen habe, ist verschwunden. Hey, macht euch mal nützlich. Wir brechen demnächst auf. Wer sind diese Leute? Das finde ich raus. Viel Glück. Ich muss die beiden leise ausschalten. Und die anderen Jäger? Die Ansätze stehen und die Kommunikation ist verknüpft. Kann losgehen. Was für ein Jagdrevier. Ich muss einen weglocken. Da war was. Nummer eins. Das ging schnell. Irgendwas gefunden? Zwei Dinge. Diese bewaffnete Gruppe nennt sich Jäger. Und sie sprechen mit Akzent. Hm. Internationale Söldner. Das war auch mein Gedanke. Könnte gutes Material für deinen Artikel sein. Ich setze mich dran. Danke. Wie war's? Oh, apropos Arbeit. Ich habe Harry zugesagt. Das ist toll. Wir können später feiern, wenn dein aktueller Job erledigt ist. Unbedingt. Bis dann. Echt vielen Ausrüstern. Als gäbe es einen Krieg. Ja, Craven. Craven. Ist ihr ein Führer? Die Spinne. Daumen. Ziel gesichtet. Hol die da raus. Köpfe einziehen. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Entschuldigung. Eröffne Feuer. Wenn ich hier rauskomme! Das sind alle. Was haben sie vor? Überst du mitten? ...アt deals? Okay. Hallo. Überwachungsvideo des Ansitzes von vorhin. Es gibt wohl noch andere in der ganzen Stadt. Ich schicke das Genki. Er kann bei der Suche sicher helfen. Was jagt Craven? Und warum? Ich schenk. Ich schicke das Genki. Ich schicke die Flasen dann. Schicke das Genki. Denn die Tablie曲 hat. Dann schon weiß ich. Oh, für mich? Das ist ja lieb. Wow! Oh, stabil und flexibel. Hm, ich könnte... Cool. Dann teste ich mal mein neues Spielzeug. Die Basen sind aktiv. Die Ansätze sind gesichert. Turnfelder funktionieren. Gut. Senkrechtstarter. Fangt rum! Munition, Verpflegung. Bessere Ausrüstung als die meisten Armeen. Craven muss reich sein. Oder einflussreich. Oder beides. Na gut. Aber seit wann interessiert Craven sich so für Pflanzen? Ich hab mal gesehen, wie er mit dem Volk in einem Beutel einen Fehler von der Pflanze gemacht hat. Er lässt sich einfach nicht von der modernen Medizin einschränken. Das erklärt einiges. Wie meinst du das? Kein Mensch ist so stark. Nicht von allein. Das liegt am Fokus. Habt was gesehen? Edmund Spiderman! Ja! 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 Was ist in dem Zeug drin? Scheint der einzige Weg zu sein. Ein Forschungsdruck? Läber? 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 Läber! Läber? Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Wir sind hier fertig.